Zahnimplantate sind eine moderne und fortschrittliche Lassung F1,25R fehlende Z.A.N. Sie werden in der Regel aus Titan gefertigt und dienen als K1,25R nestliche Zahnwurzeln, die in den Kieferknochen eingesetzt werden. Im Gegensatz zu herkammlichen Prothesen bieten Zahnimplantate eine langfristige und dauerhafte Lassung F1,25R fehlende Z.A.N. Die Funktionsweise von Zahnimplantaten beruht auf dem Prinzip der Osseointegration. Das bedeutet, dass das Implantat mit dem umliegenden Knochengewebe verschmilzt und so stabil im Mund verankert wird. Dieser Vorgang kann einige Monate dauern, während der sich der Knochen um das Implantat herum aufbaut und das Implantat fest im Kiefer verankert. Zahnimplantate kann in einzelnen oder in Gruppen eingesetzt werden, um einzelne fehlende Z.A.N. oder sogar eine komplette Zahnreihe zu ersetzen. Dabei werden die Implantate chirurgisch in den Kieferknochen eingepflanzt und nach einer Einheilungsphase mit Zahnkronen oder Braeinviertelzehken versehen, um die fehlenden Z.A.N. zu ersetzen. Ein Gruaier-Vorteil von Zahnimplantaten ist ihre hohe Arztetik und Nataeinviertlerigkeit. Im Gegensatz zu herkamlichen Prothesen sehen Implantate aus wie echte Z.A.N. und bieten eine Nataeinviertlerische Kau- und Sprechfunktion. Zudem F.A.Invierteln sie sich beim Sprechen und essen genauso an wie echte Z.A.N., was den Tragekomfort deutlich AHHT. Ein weiterer Vorteil von Zahnimplantaten ist ihre Langlebigkeit und Haltbarkeit. Gut gepflegte Implantate kann ihn ein Leben lang halten und bieten eine langfristige Lassung F.A.Inviertel erfehlende Z.A.N. Im Vergleich zu herkamlichen Prothesen, die regelmaeig angepasst und ersetzt werden Maeinviertelsen, sind Zahnimplantate eine Investition in die langfristige Gesundheit und Arztetik des Mundes. Zudem bieten Zahnimplantate auch eine Stärkung des Kieferknochens. Da das Implantat wie eine Nataeinviertlerische Zahnwurzel im Knochen verankert ist, wirkt es sich positiv auf die Knochenstruktur aus und beugt einem Knochenabbau vor. Dies ist besonders wichtig, da fehlende Z.A.N. zu einem R.A.Inviertel CKG des Kieferknochens F.A.Inviertel renn kann ihn, was zu weiteren Zahnproblemen und Arztetikproblemen F.A.Inviertel renn kann. Zahnimplantate werden in der Regel von einem erfahrenen Implantologen oder Oralchirurgen eingesetzt. Vor der Implantation wird eine G.A.Inviertel endliche Untersuchung des Mundes und des Kieferknochens durch Gef.A.Inviertel HRT, um die Voraussetzungen F.A.Inviertel R.D. erfolgreiche Implantation zu P.A.Inviertel fehen. Auch die Mundhygiene und die allgemeine Gesundheit des Patienten spielen eine wichtige Rolle bei der Implantation von Zahnimplantaten. Nach der Implantation ist eine regelmaeige Pflege und Reinigung der Implantate erforderlich, um ihre langfristige Funktion und Arztetik zu gewahreisten. Mit einer guten Mundhygiene und regelmaeigen Kontrolluntersuchungen kann den Zahnimplantate ein Leben lang halten und F.A.Inviertel R. ein strahlendes Latschellen sorgen. Zusammenfassend sind Zahnimplantate eine moderne und fortschrittliche Lassung F.A.Inviertel R. fehlende Z.A.Nee, die eine natteinviertelriche Arztetik, hohe Langlebigkeit und eine Stärkung des Kieferknochens bieten. Mit einer sorgfaltigen Planung und einer professionellen Implantation kann den Zahnimplantate eine langfristige Lassung F.A.Inviertel R. fehlende Z.A.Nee sein und F.A.Inviertel R. ein strahlendes Latschellen sorgen.